Und dahinter haben wir als Rare Hallo zusammen und frohe Weihnachten Ich bin ein bisschen spät dran Es war ja quasi schon Heiligabend Aber es ist immer noch Weihnachten Deswegen gilt das noch Frohe Weihnachten von mir Ich hoffe ihr hattet ein schönes Fest Ich hoffe ihr habt geile Sachen bekommen Geile Geschenke bekommen Habt viel Spaß mit der Familie gehabt Bei mir war das so Wenn das Video gleich online ist Denn es ist gerade tatsächlich auch der 27 Werde ich schon gar nicht mehr zu Hause sein Deshalb müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben Heute zerriffen wir das hier Und zwar die Shiny Tapu Koko Box Habe ich relativ günstig bekommen Ist jetzt schon ein bisschen länger her Ich glaube vor einem Monat Oder anderthalb Monaten habe ich die schon gekauft Aber da das eine etwas größere Box ist Gut von den Boostern her jetzt nicht unbedingt Aber da es eine etwas größere Box ist Dachte ich dass ich die jetzt mal An Weihnachten aufreiße quasi So schauen wir mal rein Wir haben hier einmal Die Promokarte Tapu Koko Keine Ahnung ob man die gut spielen kann Ich glaube ich kriege die jetzt auch gar nicht gut hier raus Ich glaube ich versuche es auch erst gar nicht Nein ich versuche es nicht Ich mache das nachher in Ruhe Auf jeden Fall haben wir noch die große Promo Die extrem gebogen ist Das ist schon krass aber ist nicht so schlimm Weil die großen Promos sammle ich eigentlich eh nicht Ist nur so ein nice to have sag ich mal Und dann haben wir ein paar Booster Diesmal in dieser Box haben wir Oh das sind gar nicht mal so geile Booster Ich hätte vielleicht mal auf die Auswahl schauen sollen Egal wir haben Steam Siege einmal Sun and Moon Base einmal Und zweimal Guardians Rising Tatsächlich alles Packs von denen ich nie wirklich was aufgemacht habe Das war meistens nur so nebenbei Gut ich würde sagen wir fackeln nicht lange Wir wollen das ja hier nicht ewig in die Länge ziehen Mist Hier ist der Code für euch Ich hoffe das war jetzt kein übertriebener Spoiler So 3 und 2 Und wir haben ein Meryl Ein Litleo Rufflet Fungus Porniard Also ich kenne die Karten kaum Special Charge Nidorino Zwellers Ein Samurott Als Reverse Rare Ziemlich cool Weil Rare sind immer nice Und dahinter haben wir einen Oh Volcanion EX Also das ist relativ krass Ich habe das gar nicht erfüllt gerade Dass wir was gutes ziehen Ich muss zugeben ich bin da nicht gerade sonderlich gut drin Ist das jetzt Ist hier das als Full Art Ja ne das müsste eine Full Art sein Das müsste eine Full Art sein Also die EX Karten habe ich fast noch gar nichts bis jetzt Deswegen freut mich das schon gerade sehr Vor allem an Weihnachten was geiles zu ziehen ist immer cool Weiter geht's Sun and Moon Base Hyper Buy? Ultra Buy? Ich weiß nicht was da als Secret Rare war Was richtig teuer ist Aber da hätte ich Bock drauf Der Code für euch Sun and Moon Das bedeutet wir haben wieder Eine Energie Karte dabei Diesmal eine Stahl Energie Und wir haben ein Sandy Guest Dratini Alone and Diglett Bounce Beat Skarmory Dragonair Was ist das denn? Chaya Bug? Das kenne ich gar nicht Ich glaube wie so ein Minecraft Käfer Crushing Hammer Torracat als Reverse Und dahinter haben wir als Rare Ne Lilly Full Art Ach du Heilige Alles klar Das war die Hälfte der Packs die wir haben Und jetzt haben wir ein Guardians Rising Pack Das ist heftig Das ist heftig Das ist jetzt schon eine gute Box Ohne Witz Richtig gute Box Vor allem mal Full Art Ist ja wohl heftig So Euer Mal Alone and Sand Shrew Das ist jetzt Guardians Rising Genau Stuffol Tentacool Helioptile Ein Paddylil Äh What? Elomomola Oder Elomomola Enhanced Hammer Vendelish Ein Arthur Paradise Conservation Area Schön langes Wort Und die Rare Ist ein Machamp in Holo Guardians Rising Hab ich glaube ich bis jetzt Drei Vier Fünf Booster Aufgemacht Digga Das ist jetzt schon Richtig nice Letztes Pack Vielleicht kriegen wir ja noch Einen nicen Hit raus Das ist schon Ziemlich sick Das ist schon echt Ziemlich sick So Letztes Pack Wir starten mit einem Stück Pizza Einem Chansey Mit Chop Alone and Sand Shrew Murkrow Sligu Brooklet Hill Ein Beware Ein Aquapatch Reverse Und die letzte Rare Für dieses Opening Ist Ein Drampine Holo Huh Aber wenn das kein Kein Weihnachts Opening Ist Ich weiß nicht Die Pulls sind ja wohl Richtig nice Stell dir mal vor Ich hätte jetzt aus Guardians Rising Noch einen guten Pull gehabt Junge Das wäre schon Richtig heftig gewesen Okay also Unser Pulls nochmal Als Recap Wir haben ein Drampine Holo Wir haben ein Machamp Holo Wir haben eine Lily In Full Art Und wir haben Eine Volcanion EX In Full Art Ich bin super super zufrieden Gut das war es schon wieder Mit dem Opening Leute Ich wünsche euch Noch eine schöne Rest Weihnachtszeit Falls ihr gerade Bei euren Familien seid Und das Video guckt Habt noch Spaß Gesellt euch dazu Nutzt ein bisschen Die familiäre Und weihnachtliche Atmosphäre Und Ihr genießt einfach Die Zeit als Familie Denn so oft kommt man Gar nicht im Jahr Zusammen als Familie Und natürlich Wenn euch das Video gefallen hat Ich bin ganz freundlich Daumen nach oben Abonniert den Kanal Aktiviert die Glocke Wenn ihr Bock habt Ansonsten schreibt gerne Einen Kommentar Kommt zu mir auf dem Discord Da kann man ein bisschen Schreiben Ein bisschen zocken Es wird auch Ab Freitag Gibt es wieder Livestreams Bei mir Gerne könnt ihr da auch Vorbeischauen Und dann sehen wir uns Spätestens am Sonntag Zum Anmeldevideo Der Jagd Für Die Nacht im Flamm Yo Leute macht's gut Euer Kami Ciao Outro 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 Bis zum nächsten Mal.